Hallo, mein Name ist Frank Fass. Ich bin der Inhaber des Wolfscenter Dörrferden in Niedersachsen. Und wenn ihr interessiert seid, im Rahmen eines zwölftägigen Workshops unheimlich viel über Wölfe zu erfahren, dann empfehle ich euch diesen Spot anzuschauen. Ich habe gemeinsam mit Jörn Kaufholdt diesen zwölftägigen Workshop entwickelt. Jörn Kaufholdt ist ausgebildeter Wildnispädagoge und darüber hinaus Pferdenleser, Spurenleser, bildet auch hierin wiederum andere Menschen darin aus, diese Fähigkeiten zu erlernen. Darüber hinaus ist er Betreiber der Internetplattform www.bewandert.eu. Und was sehr spannend ist, ist auch, dass Jörn natürlich hier in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber schon seit einiger Zeit in der Slowakei lebt. Ich habe Jörn vor etlichen Jahren in einem Seminar kennengelernt, das er geleitet hat und es ging darum, dass er uns das Lesen von Tierspuren im Schnee beigebracht hat. Es ging speziell natürlich um Wölfe, aber auch Luchse und Bären waren damals sehr interessant in der russischen Taiga kennenzulernen. Ja, und wir hatten plötzlich die Idee, Mensch, Jörn weiß doch so viel über das Spurenlesen, ich über die Wölfe hier in Deutschland, ob es nicht Sinn machen kann, einen gemeinsamen mehrtägigen Workshop zu erfinden, also zu konzipieren, genauer gesagt. Und das ist uns nach und nach gelungen und das möchte ich euch jetzt gerne vorstellen. Der Workshop dauert zwölf Tage und ist in zwei Module aufgeteilt. Es gibt das sechstägige Modul im Dezember hier in Dörferden, hier im Wolfscenter und es gibt das zweite Modul, was eben auch sechs Tage umfasst. Das findet in der Slowakei statt. Während wir hier im Dörferden-Modul auf drei verschiedene Arten und Weisen euch an unserem Wissen über Wölfe teilhaben lassen, so tun wir dies natürlich, indem wir einerseits etliche Vorträge hören werden in unseren Tagungsräumen. Zum zweiten aber, und das wird auch sehr spannend sein, bringen wir euch bei, wie man ein sogenanntes Etogramm erstellt. Das heißt, wie kann man Wölfe beobachten, wie stuft man Verhaltensweisen ein, wie kann man sie erkennen, um dann einen sogenannten Verhaltensinventarkatalog aufzubauen. Das ist eine spannende Sache, die sehr lehrreich ist. Der dritte Weg, auf dem wir euch an unserem Wissen teilhaben lassen, ist, dass wir hier in Dörferden schon die Grundzüge des Spurenlesens erlernen. Für das zweite Modul reisen wir in die Slowakei. Im Januar wird das sein. Das tun wir, weil wir in der Slowakei einfach viel bessere, zuverlässigere Schneebedingungen haben, als hier in Niedersachsen. Denn dort wollen wir sehr detailliert, sehr tief, sehr praktisch in das Spurenlesen einsteigen. Das heißt, wir werden jeden Tag Wanderungen machen mit Rucksack, mit Schneeschuhen, so ist die Wetterlage erfordert, mit warmen Klamotten natürlich, mit Verpflegung dabei und werden euch beibringen, ja, wer war es denn jetzt hier? Ist hier der Wolf langgelaufen oder sind wir auf einer Luxspur? In eher milderen Wintern hatten wir sogar schon Bärenspuren dort vorgefunden. Und unsere Erkenntnis ist, dass die Teilnehmer gerade davon immer sehr fasziniert sind. Und wenn man erst mal gelernt hat, wie man sozusagen gucken muss, dann entdeckt man nicht nur die Spuren im Schnee, sondern man kann sogar die Geschichte, die die Wölfe uns im Schnee erzählen, interpretieren. Ja, wo waren die Wölfe genau unterwegs? Wie viele waren es? Oft waren wir auf Spuren, wo wir dachten, ein Wolf ist unterwegs und plötzlich fächerte sich die Spur in mehrere Individuen auf. Wir werden euch zeigen, wie man genetische Hinterlassenschaften aufsammeln kann im Schnee, um diese Daten letztendlich auch einem Forscher, der in der Slowakei das Wolfsmonitoring betreibt, zukommen zu lassen. Das heißt, wir leisten sogar einen aktiven Beitrag, um das Monitoring dort vor Ort zu unterstützen. Ja, wenn diese Worte euch hungrig machen, wenn ihr Appetit entwickelt habt, am Workshop dabei zu sein, würde ich mich natürlich darüber hinaus sehr freuen, wenn ihr euch anmeldet. Viel mehr Informationen dazu findet ihr bei uns auf der Seite www.wolfcenter.de und vielleicht sehen wir uns schon bald hier im Wolfscenter. Ich freue mich drauf.